und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freunde des gepflegten klembersteinbaus ungefähr vier monate ist es nun her da habe ich hier von lego minecraft den hinterhalt des creepers vorgestellt ich war begeistert von diesem kleinen set und genau wie dieses set die 21240 ist das so ein 10 euro set zumindest von der uvp von lego aber man bekommt es im markt mit den gängigen rabatten es sind also wirklich sehr kleine sets mit denen man gut spielen kann und deshalb hatte mich der hinterhalt des creepers damals so gefreut dieses mal habe ich das swamp adventure also auf gut deutsch das abenteuer mitgebracht dort bauen wir eben so eine winzige sumpflandschaft haben auch ein paar figürchen dabei und auch ein spielfeature dieses mal haben wir dabei ein slime einen zombie ein frosch und einen alex skin und ich würde gern mit euch zusammen rausfinden ob auch dieses kleine set genauso wie der hinterhalt des creepers ein tolles kleines spielset ist was in dieser kleinen preisklasse überraschen kann und um das rauszufinden mache ich das ganze jetzt auch mal auf und wir schauen uns zusammen die anleitung und die steine tüten an das schöne an diesen kleinen lego minecraft sets ist ja das ist auch wirklich alles von mojang lizenziert wurde dass man dadurch die formen und blöcke auch wirklich eins zu eins übernehmen kann ohne irgendwelche rechte zu verletzen wir haben hier schon mal die teiltüten das ist natürlich nicht viel erwartet man in so einem kleinen set auch nicht über die qualität reden wir wie immer wenn wir dann im bau sind und wir haben auch eine sehr kleine anleitung aber obwohl sie so klein ist ist sie wieder klammer gebunden wir haben eine ordentliche papierqualität wie wir das von lego kennen wird nichts ausgegraut sondern alles in vollfarbe beim bau dargestellt es ist natürlich wieder super einfach erklärt hier und wir haben insgesamt 38 seiten auf denen gebaut wird auf der 39 wird noch mal das spielfeature gezeigt genauso wie auf den zwei folgenden und hier habe ich noch mal die teile liste für euch falls euch das ganze interessieren sollte ich freue mich auf jeden fall schon mal wieder sehr auf dieses set und hoffe dass ich damit genauso viel spaß hat wie damals beim hinterhalt des creepers und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen set wieder ich denke hier braucht es keinen zwischenbauschritt und damit ist die lego 21240 das sumpfabenteuer auch schon fertig gebaut es dauert natürlich überhaupt nicht lang also das dauert vielleicht fünf minuten wenn man sich sehr viel zeit lässt zehn minuten mit kindern natürlich noch mal ein stückchen länger aber das ist jetzt hier kein riesen bauspaß das erwarten wir von diesen winzigen lego minecraft sets ja aber auch erstmal nicht sondern wir wollen dort ein paar coole spielfeatures sehen in so einem kleinen set ist ein spielfeature völlig ausreichend was man in verschiedenen situationen dann nutzen kann das war ja auch schon beim hinterhalt des creepers sets so und mit dem hatte ich sehr sehr viel spaß wie ihr das auch hier auf dem kanal schon sehen durftet das spielprinzip hinter diesem set ist auch sehr ähnlich wie beim hinterhalt des creepers wir haben hier wieder einen liftarm warum auch immer der rot ist und wenn wir den hochdrücken explodiert der tnt block beziehungsweise hier in der echten welt es fliegt halt einfach von dem set ab die landschaft beziehungsweise spielsituation im allgemeinen hat mir beim hinterhalt des creepers noch ein bisschen mehr gefallen aber auch hier ist das völlig in ordnung schön finde ich dass wir hier wirklich immer mal stellen haben die mit jumper blades belegt sind so dass man dann figuren den tnt block oder eben auch den crafting table sehr schnell abnehmen kann und umsetzen kann da ist ja die idee von lego und minecraft sehr ähnlich dass man sich das selber auch so bauen kann wie man möchte etwas großartiges bei der minecraft reihe sind ja die prints so ist auch hier wieder in diesem kleinen set der crafting table voll geprintet und der tnt block ist voll geprintet und wir haben für den preis zwei figuren dabei und zwar einmal alex und den zombie das sind zwei standard lego minecraft figuren es ist jetzt nichts riesig besonderes auch für sein spielset reicht es und sie sind in der gewohnten lego qualität leider inklusive der offensichtlichen angusspunkte am kopf von den bedruckungen ist hier nichts wirklich besonderes dabei dann haben wir den kleinen froschli auch leider mit einem sehr offensichtlichen angusspunkt aber schön dass er dabei ist und wir haben diesen kleinen slime meiner meinung nach die schwächste figur auch wenn ich mit dem hinterhalt des creeper set ein bisschen mehr spaß hatte ist das natürlich für den preis den man hierfür bezahlt wieder ein tolles gesamtpaket und man kann eben ein paar kleine spiel szenen damit nachmachen so kann man den frosch zum beispiel den slime fressen lassen armer babyslime aber so ist das leider in minecraft und jetzt wird der frosch vielleicht von dem bösen zombie bedroht wer weiß kann ja alles passieren und dann können wir ja den frosch mit hier hoch retten und der zombie möchte natürlich trotzdem zu dem frosch und uns hochklettern und dann schlägt unsere falle zu und wir sind vom bösen zombie gerettet das war jetzt natürlich ein sehr triviales beispiel wie man mit so einem set spielen kann aber die kinder haben da ja zum glück noch mal ein bisschen mehr fantasie das schöne ist ja auch man muss dieses set gar nicht einzeln betrachten man kann ja auch einfach den hinterhalt des creepers daneben bauen oder andere kleine minecraft sets und dann steht dem spaß hier meines erachtens nichts mehr im wege deshalb gibt es von mir auch wieder eine kaufempfehlung ich bin wirklich ein fan dieser kleinen lego minecraft reihe gerade weil es spielsets sind die sich so gut wie jeder gut leisten kann wenn ihr natürlich dieses set hier selber sitzt schreibt gerne eure meinung dazu in die kommentare es würde mich wie immer sehr interessieren und damit helft ihr mir und natürlich der gesamten community wieder sehr weiter unter dem unboxing video habt ihr mir auch geschrieben dass ihr gerne das train coffee von segao als nächstes sehen wollt daran arbeite ich jetzt natürlich noch das war noch mal so ein kleiner zwischensnack und dann sehen wir uns nächstes mal mit dem train coffee von segao wieder wenn euch natürlich dieses video gefallen hat lasst auch wie immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer velibrick